Herzlich willkommen bei Mathe mit Rick und herzlich willkommen bei einem weiteren Aufgabentypen der Stochastik. Es geht in diesem Video um die höchstbeliebte Normalverteilung. Wir schauen uns mal die folgende Aufgabe gemeinsam an. Die Zufallsvariable Groß-X sei normal verteilt und beschreibe die Körpergröße einer zufällig ausgewählten Person. Für den Erwartungswert gilt µ ist gleich 170 cm. Die Standardabweichung hat einen Wert von Sigma gleich 8 cm. Wir kriegen jetzt hier eine Zufallsvariable. Normalverteil beschreibt die Körpergröße und wir kriegen die zwei Kenngrößen µ 170 cm und Sigma 8 cm. Eine Standardabweichung. Drei Aufgaben haben wir hier. Aufgabe 1. Berechne den Anteil der Menschen, die kleiner als 180 cm sind. Berechne den Anteil der Menschen, die größer als 170 cm sind. Und berechne den Anteil der Menschen, die mit einer Größe zwischen 160 und 165 cm. Diese drei Aufgaben sind hier vorgeschlagen und ich würde dir empfehlen, dieses Video einmal zu pausieren, selber eine Runde zu rechnen, selber ein bisschen zu probieren und dann zeige ich dir, wie du diese Aufgaben oder Aufgaben dieser Art schnell und zügig und vor allem richtig und alles wunderbar lösen kannst. Jetzt eine Runde pausieren, selber rechnen. Let's go! Und die Aufgabe passt auf eine Seite, das macht mich ja ganz froh. Wir geben x normalverteilte Zufallsvariable mit µ und Sigma. Wir suchen den Anteil der Menschen, die unter 180 sind, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable einen Wert von unter 180 annimmt. So, drei Steps kriegen wir hin. Hier ziemlich simpel, weil wir wollen, dass die Zufallsvariable kleiner ist als 180. Das ist immer etwas leichter. Warum, erkläre ich noch. Step 1. Notiere den Ansatz, Groß P von Zufallsvariable kleiner als 180. Easy. Step 2. Formuliere mit der Phi-Funktion. P von Groß x kleiner x ist gleich Phi von x minus µ geteilt durch Sigma. Was heißt denn das? Das heißt, dass die Zufallsvariable kleiner sein soll als ein beliebiger Wert x. Der ist jetzt durch die Aufgabenstellung vorgegeben. Hier ist es in dem Fall 180. Kann aber auch gerne 170 oder 200 sein. Was auch immer. Phi ist jetzt hier diese Phi-Funktion. Und das kann man sich einfach merken. Das ist einfach so ein Ansatz, der immer auftaucht bei Normalverteilung. Da haben wir jetzt 180. Das ist unser x. µ ist 170 und Sigma ist 8. Das heißt, wir können als allererstes mal das, was hier in Klammern steht, ausrechnen. P von x kleiner 180 ist gleich Phi von 180. Das ist x minus 170. Das ist µ und Sigma ist 8. Das sind die drei relevanten Zahlen. x 180, µ 170, Sigma 8. Rechnen wir aus. 180 minus 170 ist 10. 10 Achte ist dann 1,25. Bis hierhin ist es erstmal nur ein kleines Rechenspielchen. Und jetzt können wir diesen Wert aus diesen Verteilungen oder aus diesen Verteilungstabellen ablesen, die wir in der Formelsammlung gegeben haben. Oder aber solche Tabellen werden im Abi vorher gegeben oder wie auch immer. Also du kriegst irgendwie eine Liste, wo diese Zahlenwerte abzulesen sind. Das muss man nicht auswendig können. Wenn du in die Liste schaust, siehst du, dass du hier, wenn das hier 1,25 ist, eben den Phi-Wert von 0,89 bekommst. Also Step 3 heißt, lies den Phi-Wert aus einer Normalverteilungstabelle ab. Und dann bekommst du für Phi von 1,25 einen Rundungswert von 0,89. Das sind immer Rundungswerte, die du hier kriegst. Und am Ende können wir sagen, na gut, P von x kleiner als 180 ist ca. 89%. Also der Anteil der Menschen, die kleiner sind als 180 cm, beträgt 89%. 89% der Menschen sind kleiner als 1,80 m. Macht das im Sachzusammenhang Sinn? 90% der Menschen sind kleiner als 1,80 m? Hätte ich jetzt intuitiv vielleicht nicht gesagt. Aber das hängt ja auch ein bisschen hier mit diesen Werten zusammen, die jetzt hier vorgegeben sind. 170 und 8. Boah, irgendwie so. Schauen wir uns den Sachverhalt mal noch grafisch an. Hier sehen wir die Gauss'che Glockenkurve für genau diesen Sachzusammenhang. 170, das ist µ, unser Erwartungswert. Und je weiter wir nach links oder rechts von diesem Erwartungswert weggehen, desto kleiner werden hier die Funktionswerte. Die Wahrscheinlichkeit stellst du dir jetzt eher nicht als Funktionswert vor, sondern eher als diese blaue Fläche. Die Wahrscheinlichkeit ist oder nimmt den Wert eines uneigentlichen Integrals an, dass aus dem negativen Unendlichen kommt und bis zu dem Wert geht, den die Zufallsvariable maximal annehmen kann. Nämlich hier 180. Also das uneigentliche Integral der Funktion im Intervall, ja, Intervall ist es ja eigentlich nicht, aber von Minus und Endlich bis 180. So kann man sich das in etwa vorstellen. Und der Wert dieses Integrals, der existiert und das sind eben diese 0,89, dieser Rundungswert 0,89. Also circa 89% der Menschen liegen in diesem Intervall hier drin, sind also kleiner als 180. Meine Lösung zur Aufgabe 2. Wir haben wieder die Zufallsvariable mit diesen Kenngrößen und wollen jetzt die Wahrscheinlichkeit dafür haben, dass Groß X größer als 170 ist. Im Ansatz sieht das so aus, dass ich 1 minus P von X kleiner gleich 170 mache. Warum? Das uneigentliche Integral kommt aus dem negativen Unendlichen und geht bis zu diesem Wert 170. Deswegen müssen wir das, wenn was größer sein soll, das so umformulieren. Ist aber nicht weiter schlimm. Nicht weiter schlimm ist eben nur dieser eine Schritt mehr. Jetzt formuliere ich das mit der Phi-Funktion. Wieder Groß X kleiner, Klein X. Phi von X minus µ durch Sigma. Das können wir einfach immer machen. So ein 170 minus 170 durch 8. Und wenn ich das jetzt wieder auf größer 170 bringe, müssen wir eben genau wieder diesen 1- Zusammenhang wählen. 1 minus und dann hier P von 1 minus und dann hier übertragen in Phi von 170 minus 170 durch 8. 170 minus 170 ist 0. 0 durch 8 ist auch 0. Dann kriegen wir hier 1 minus Phi von 0. Jetzt können wir den Phi-Wert wieder aus einer Normalverteilungstabelle ablesen. Phi von 0 ist 0,5. 1 minus 0,5 ist auch 0,5. Und dann haben wir eben entsprechend 50%. 50% der Menschen sind also in diesem Modell größer als 1,70 Meter. Und das ist ja auch klar. Wenn wir eine Normalverteilte Zufallsvariable haben, bei der 1,70 Meter der Wartungswert ist, sind 50% eben genau kleiner als 1,70 Meter und 50% genau größer als 1,70 Meter. Das heißt, für diese Aufgabe müssen wir diese 12 Zeilen gar nicht schreiben, sondern wir können einfach sagen, naja, 50% sind immer größer als der Erwartungswert. 50% sind immer kleiner als der Erwartungswert. Aber hier sehen wir nochmal, wie das formal eben aussieht. Wir kriegen hier eben Phi von 0 und Phi von 0 ist 0,5, sodass wir hier am Ende bei 1 minus 0,5, also 0,5, also 50% landen. So, hier sehen wir die Kurve wieder. Wir haben hier unsere gaussische Glockenkurve. Und dieser blaue Flächenwert wird eben beschrieben durch dieses uneigentliche Integral bis 1,70. Und das hat eben hier einen Wert von 0,5. Und wenn wir 1 minus 0,5 rechnen, kommen wir eben auf diesen Flächenwert hier, also auf den Anteil aller Menschen, die eben größer sind als 1,70, sind 0,5, also 50% der Menschen. Kann man sich gut merken. Also links und rechts vom Erwartungswert liegen bei der Normalverteilung jeweils 50%. Die Integralwerte, diese Flächenwerte, haben also eine Größe von exakt 0,5. Wir schauen uns noch Aufgabe 3 an. Wieder normalverteilte Zufallsvariable mit diesen Kenngrößen. Wir wollen jetzt die Wahrscheinlichkeit dafür ermitteln, dass 160 kleiner gleich x kleiner gleich 165 gilt. Also jede Person zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß ist. So, notieren wir mal den Ansatz. Der sieht hier so aus. p von 160 kleiner gleich x kleiner gleich 165 ist diese Differenz hier. p von x kleiner gleich 165 minus p von x kleiner gleich 160. Warum? Ich stelle mir das jetzt als Flächenbilanz vor. Wir gehen mit diesem Integral quasi bis 165. Und dann ziehen wir das Integral bis 160 ab und nehmen dann dieses Flächenstück dazwischen. Und das wird dargestellt durch diese Differenz. Als nächstes formulieren wir das wieder mit der phi-Funktion. Dann haben wir hier p von x kleiner gleich 165 ist phi von 165 minus µ durch Sigma. Und p von x kleiner gleich 160 ist phi von 160 minus µ durch Sigma. Also wir setzen uns einfach die beiden Werte x, also 165 und 161, x1 und x2 meinetwegen. µ und Sigma eingesetzt in Zeile 5 sieht es so aus. Einmal 170 und 8 und nochmal 170 und 8 sind jeweils µ und Sigma, µ und Sigma. Können wir jetzt ausrechnen. 165 minus 170 ist minus 5. Haben wir hier minus 5 Achtel. Und hier kriegen wir minus 10 Achtel. Okay. Phi von negativen Zahlen. Kannst du dir gut merken, kann man einfach rechnen als 1 minus phi von dieser positiven Zahl. Kann man einfach so umformen. Dann kriegen wir hier diesen Wert von phi eben durch diesen Ausdruck hier raus. 1 minus phi von 5 Achtel minus 1 minus phi von 10 Achtel. Klammer nicht vergessen. Ja. Okay. Als nächstes lesen wir wieder den phi-Wert aus einer Normalverteilungstabelle ab. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Entweder ist im Tafelwerk oder in der Formelsammlung diese Tabelle dargestellt. Oder du kriegst eine Tabelle ausgehändigt. Es gibt sicherlich auch Taschenrechner, die das können. Wie ist egal. Wichtig ist, dass du auf diese beiden Werte kommst. Phi von 5 Achtel ist phi von 0,625. In dieser Tabelle stehen ja Dezimalwerte, Dezimalzahlen. Dann kommen wir auf 0,73. Das ist ein Rundungswert. Und 10 Achtel ist 1,25. Phi von 1,25 ist ca. 0,89. Okay. Dann setzen wir diese beiden Werte hier wieder ein. Und kommen dann auf 1 minus 0,73 minus 1 minus 0,89 Klammern. Wieder nicht vergessen. Und dann kommen wir am Ende auf einen Rundungswert von 0,16. Und hier habe ich das schon in 16 Prozent übertragen. 16 Prozent der Menschen sind also größer als 1,60 Meter, aber kleiner als 1,65 Meter. So würde das hier aussehen. Merkt ihr gern diese Überlegung mit der Differenz hier in Zeile 2. Dann übertragen wir das wieder in die Phi-Funktion. Dann müssen wir einmal diesen Twist anwenden, wenn wir negative Werte haben. Also negative Argumente, die wir einsetzen. Und dann lesen wir aus der Normalverteilungstabelle ab. Oder rechnen das mit dem Taschenrechner aus. Und kommen dann am Ende auf 16 Prozent. Hier siehst du wieder die Gauss'che Glockengrube. Ich habe schon das Integral bis 165 ausgewählt. Und, naja, davon ziehen wir jetzt das Integral von minus unendlich bis 160 ab. Das Integral bis 160 sieht so aus. So, genau. Und jetzt ziehen wir eben dieses kleine Flächenstück. von dem großen Flächenstück ab und kriegen eben genau dieses Flächenstück dazwischen. Das sieht so aus. So, ne? Genau. Und das ist jetzt der Anteil der Menschen, die größer als 160, aber kleiner als 165 Zentimeter sind. Das sind hier 16 Prozent. 16 Prozent der Menschen sind größer als 1,60 und kleiner als 1,65. Beziehungsweise, wenn wir uns die gesamte Fläche unter dieser Glockenkurve ansehen, quasi von minus unendlich bis plus unendlich, das gesamte uneigentliche Integral, dann kommen wir ja auf 1. Und ein Sechstel circa dieser Fläche liegt genau zwischen den beiden Werten 160 und 165. Es ist ein Aufgabentyp, der häufig gefürchtet ist. Warum ist das so? Na, man muss hier viel verstehen. Viel rechnen muss man nicht. Aber man muss einiges wissen. Man muss auch verstehen, wie diese Glockenkurve funktioniert. Und man muss sich auch in dieser Normalverteilungstabelle mit dieser Vieh-Funktion auskennen. Aber mit ein bisschen Übung kriegst du das gut hin. Da bin ich mir sicher. Schreib mir gerne deine Fragen in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wie immer, freue ich mich auf dich. Lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss. Dein Rick